Zum Fortgang der Arbeit, ich wollte nur fragen, weil ja heute auch neue Erkenntnisse waren und neue Zahlen sind, ob der Landeshauptmann noch da ist, bevor wir die Landtagssitzung beenden, ob er etwas Neues mitteilen möchte oder will oder muss, ob er diese Gelegenheit wahrnehmen will. Die Frage ginge an Landesrat Wiedmann oder Landeshauptmann? Ganz schnell, es gibt nichts Neues. Wir warten jetzt auch noch auf die Hinweise aus dem Gesundheitsbetrieb, die entsprechende Lageeinschätzung. Wir haben das ja angekündigt, wir beobachten das ganz genau. Das sind in erster Linie die Experten, die das tun. Und dann, wenn es notwendig ist, werden wir auch Entscheidungen treffen. Wir wissen, die Lage ist angespannt. Wir haben Hohe Inzidenzzahlen. Und deshalb haben wir ja auch gesagt, es ist jetzt ein Moment, wo wir genau hinschauen und auch genau hören werden, wie unsere Experten die Lage einschätzen.